...gelebt wird sie aktuell meist in Osteuropa, in Tschechien... ...wenn nicht, dann kann ich nach Hause fahren. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass es so nie weitergehen kann. Wir haben eine uralte Kultur in Deutschland, die ist zurzeit bedroht von den nach Deutschland eindringten Islamisten. Es geht wohlgemerkt nicht um den einzelnen Moslems, sondern um den Islam als solcher. Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Einsch! Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! ...persönlichen Lebensverhältnissen. Nicht zuletzt aber auch eine Völkerwanderung mit... Das hat sich leider gewandelt. Das ist nicht mehr so. So wie früher in der DDR gelogen wurde, wird heute auch wieder gelogen. Und das ist das Traurige. Und deswegen sind auch viele andere hier. Weil wir hatten damals, wo die sogenannte Wende war, da gab es mal ein Lied. Wir wollen keine Lügen mehr. Das hat die Leute auf der Straße getrieben. Da haben wir nicht das Signal. Welche Bekrankten Sie akzeptieren und welche Sie in Ihren Ländern nicht akzeptieren. Wir wollen uns alle sehen können. Wir verraten haben, erklären wir die Verträge der verschiedenen europäischen Nationen.